Ja, und ein neuer Tag und wir versuchen es wieder zu überleben. Der eine etwas freundlicher zu den Eingeborenen. Das nennst du Eingeboren? Ja, was ist denn das sonst? Das sieht aus wie ein Farmer, der Typ, den du erschossen hast. Und irgendwie würde ich sagen, der kommt von dir. Ja, aber es ist ein Zombie. Ja, ist wieder eure Jacke. So, was ich jetzt auf jeden Fall mal machen muss, ist ein paar Kisten für mich bauen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas mal geplant hatten. Ja, du wolltest auf unserem Dach eine Garage bauen. Der geilste Plan von allen. Aber ich will dafür erstmal meine Taschen entleeren. So, alles raus. Was brauche ich denn auch nicht? Ach, hier Pfeile und Bogen brauche ich nicht. Ergo brauche ich die Pfeile. Wenn du Pfeile findest, mitbringen. Ähm, dann brauche ich das nicht. Die Kettensäge brauche ich. Nice! Du musst mal ausprobieren. Ähm, hast du gerade eine Kettensäge bei der Hand? Nein. Wenn du mit der Kettensäge sägst und dann in das Craftingmenü währenddessen gehst, also beziehungsweise einfach in den Inventar, dann sägt der weiter. Dann musst du nicht mehr klicken. Ist das so, Erwoll? Ist das so, Erwoll? Ja, aber es geht so durchgehend, das ist cool. Brauche ich denn eigentlich noch eine Kiste, wenn ich es gerade so sehe? Genau, aus dem kommt... Wie viel Autos haben wir jetzt eigentlich? Drei. Wieso komme ich jetzt hier nicht mehr drunter her? Brauchst du ein Fernglas, weil ansonsten lasse ich das jetzt hier liegen. Irgendwo brauche ich mein Fernglas... Ich habe mein Fernglas, da habe ich ein Trevisor dran, ne? Das heißt, du brauchst jetzt ganz viel Holz. Na, das wird lustig. Hier, das könnte ich doch einfach mal irgendwo hinstellen. Wo brauchen wir denn noch Licht? Ich habe zwei Lampen. Mir gleich geben. Wo bist du? Ich bin gerade am Wasser. Äh, ja, liegen... liegen vor der Garage. Ne, oben auf dem Dach, so. Den genehmige ich mir noch. Und dann fülle ich die Flasche noch einmal auf. Sir! Boah, dann fangen wir am besten hier schon mal mit den Holzfällen an. Antibiotika. Ist das voll? Wir hütteln ja gar nicht mehr auf, wenn der im Inventar war es. Ja. Hammer. Ich meine, okay, es ist jetzt nicht so anstrengend, dass es eine Tassenzüge ist, aber es wäre halt einfach... ...schöner. Ich kann wahrscheinlich gar nicht so viel aufnehmen, wie hier rumliegt. Oh, 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 oh. Kannst du jetzt Stecker aufheben und sowas? Äh, ja. Bei mir geht schon wieder das nicht. Oder vielleicht... Waffen kann ich auch nicht mehr. Eigentlich mein Zeichen dafür, dass es da irgendwie wieder abschmiert. Jetzt hat er das alles gemacht. Hat eine Arschlange wieder gedauert. Ich weiß nicht, woran das liegt. In einer schlechten Verbindung kann es nicht liegen. Wir sind im selben Laden, ne? Das wäre schon scheiße. Das wäre ein bisschen komisch. Wie kann man nochmal Sticks produzieren? Äh, Holzbrett, Säge. Nur Säge. Nicht Kettensäge. Acht Boots. Boots. Vier hohen Poets. Du siehst aus wie so ein Ninner Turtle, wenn du da auf dem Boden rum kriegst. Ich krieg nicht auf dem Boden rum. Ach, du kniest gerade. Was ist denn? Ich bin zwischen deinen Beinen irgendwie ja. so 12 sticks brauche ich also noch ne noch viel mehr so wieder zu gucken habe ich noch punkte hier liegt hier eine lampe rum, wieso liegt hier eine lampe rum? weil oben auch noch eine liegt habe ich dir doch gesagt jetzt wieder hier durch ah ok bisschen verbuggt aber ist in Ordnung nein den wollte ich nicht hier liegt alles voll mit Holz ne weil ich das Holz gerade liegen lasse weil ich nur die Stangen brauche mach einfach alles mit dann wäre ich wieder zu voll dann machen wir jetzt einfach noch ne fette Kiste dabei bin ich ja gerade weil deine Kisten kann ich ja zum Beispiel nicht ich habe gerade alles mit dabei um eine Kiste zu machen möchtest du mir dann vielleicht gerade mal eine Kiste bauen? ich mach jetzt eine Kiste einfach für Holz ne? mhm Ablagefläche, äh ne Holzkiste, tz, das ist eigentlich gar nicht mal so schwer zu machen wo sitze die jetzt da? wo sitze die jetzt da? neeeeein egal produzieren wir wieder welche hä? warte ich verstehe es gerade nicht ich verstehe es gerade nicht ja normal ne? hehehe lol so eins, zwei, drei okay okay, hatte ich nicht auch irgendwann mal eine Säge? Kiste ist drin ne? und wie machen wir jetzt aus einer Kiste eine große Kiste? das ist Ruhe mit Holz kreuzen einfach wieder das ist ja simpel Licht aus Strom sparen ja ich bin nur froh, dass wir dann noch keinen Benzin nachkippen müssen hoho ey Moment, ich habe ja keinen ich habe keinen Schlafplatz ne? hab ich den ein? ja ja das ist alles in Ordnung das glaube ich dir äh so, die Truhe ist damit fair eine Holzkiste und drei Holzkreuze also entweder leckt das jetzt wieder aber warum kann ich nicht auf deine Kisten zugreifen und so scheiße? eine Holzkiste haben wir und drei Holzkreuze haben wir doch auch Mensch das Spiel ärgert mich wieder probieren wir es doch jetzt nochmal ich verstehe ich verstehe das nicht, woran es liegt boah das dauert ja Jahre bis man genug zusammen hatte ja wofür? für meine Dachgarage ja dafür auch allein für eine Kiste brauchst du ja schon Monate ich überleg grad mal eine Holzrampe einfach zu bauen das ist ja mega simpel mhm obwohl wie macht man denn eine Holzplattform? die machen wir aus Holztafeln die machen wir aus Holztafeln achso Moment wo ist ähm so da müsste das wieder oben sein in der Liste hä? wollt ihr mich alle verarschen? ja ach nein meine Fresse doch eigentlich schon doch eigentlich schon als Rampe da haben wir die Rampe davon brauchen wir wie viele? eine nur das ist auch nicht mehr das was mal war cannot lift wie ich diesen Satz hasse magst du ihn nicht oder hasst du ihn? ich hasse ihn ich glaub es immer noch nicht wie es sich keine Kiste machen kann aber egal ähm IQ Sperre das brauch ich denn sonst noch? ne ne daran liegt es nicht sicher zwei Holzstützen haben wir auch dann bauen wir doch mal eine schöne Rampe hä? ich brauch ein wooden frame das ist ein wooden frame das ist ein wooden cross das ist ein wooden cross das ist ein wooden cross drei und zwei ach ne wir brauchen eine eine Plattform Plattform macht immer mit drei Holztafeln wieso möchtet ihr jetzt nicht dass ich eine Kiste mache? ich hab wooden frames und wooden cross ja das hab ich ja auch gerade dass manche Sachen einfach nicht zu craften gehen und ich langsam keinen Plan mehr hab warum? hast du einen Skill in ähm scheiße daran liegt ja ich dachte ich hab da eben drauf geguckt und dachte doch so ja dann kann ich ja gar nicht mehr so viel craften ahhh ist das ein Tier? nein ok nein boah oh man ey was ist los? was hab ich getan? wo schluch? obwohl ich hab noch nichts getan ist gut ähm jetzt hab ich das und aus denen kann es sein dass wenn du frisch also wenn du selber was erntest und so von dem ganzen Getreide dass das länger hält so äh ich sag's einfach mal ja so davon craften wir eine Plattform die Plattform hab ich jetzt dann legen wir Stützen und die Plattform da rein und kriegen eine Rampe und die Rampe wollte ich jetzt mal austesten inwiefern sie sich rampig verhält AHAHAHAHAHAHA boah der war ja mal beschissen ouch Charlie das hat wirklich zuhört ja wie krieg ich das denn jetzt da oben dran? äh da ist ein Zombie scheiße bitte gib mir 7 Experience 4 Arschloch wie dreht man nochmal Sachen? drehen indem du die selber drehst ne konntest du nicht ähm bevor du die Sachen anbringst die Sachen drehen? äh ich wüsst mit dem Rechtsweg oder so? ich wüsste es jetzt nicht aber kann durchaus sein ja dann äh die Auto steht schon wieder so scheiße dann kommt wieder mal nicht durch so jetzt gehen wir wieder hoch wenn du ne Armbrust haben willst in der Scheune liegt einer scheiße können wir uns gar nicht anbringen dann haben wir hier mal irgendeine Wand wo kein Fenster ist so wenn ich jetzt ein Ver- wie setzt man nochmal Sachen mit dem Linksklick ne? äh pff ja ja sag ich jetzt mal ah mit dem Rechtsklick kommt man ins Drehen das wars drei Erfahrungen fehlt mir noch ey das ist doch eine eine schöne Sache mhm absolut wir können natürlich von da aus hochfahren unsere Treppe ist scheiße welche? die hochführt was für ne wir haben keine Treppe wir haben ne Leiter das ist dasselbe kann man auch mit hoch alles dasselbe auch nie ne nur eine Kiste grad geschafft so ach du mal no space ich geb dir gleich no space hier hin klasse leider die Lampe hier haben wir stick 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 eh ich brauch noch n stück hm die Klingelampe nicht anmachen gibt es echt ne Begrenzung? je nein Ich hab da unten den Generator ausgemacht. Pfeifenkopf, ey. Ja, also, ey, wird's doch richtig schön hell. Vorbei, ne Party mal. Die andere Lampe lag, glaub ich, vor der Garage, ne? Ja. Jetzt müsste ich mir eigentlich doch auch eine zweite Kiste machen können. Ich bin's grad überlegen, auch wie wir dann hoch zur Garage hinkommen. Ähm... Klettern. Ja, du Genie. Ich würde die Rampe eigentlich da hinsetzen. Dann kann man da so hochfahren. Dann machen wir hier... Ja, ich hab's. Ich weiß jetzt, wie war das Bauen? Ja, das hast du gut gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich klappt. Das will nicht klappen. Ich lass mich von dir überraschen. Ich frag mich grad, warum die Rampe so scheiße ist. Muss ich Angst haben? Hast du das ganze Haus kaputt gemacht? Hm... Ein paar Schlimmbärs hatten immer, glaub ich, so was. Yeah. Aber es war ja ganz easy eigentlich zu bauen. Das heißt, wir können eigentlich nochmal... ...und das nicht irgendwie so und so, dass man eine Plattform bauen konnte. Ich hab's schon wieder vergessen. Drei Holztafeln. Haben wir natürlich nicht. Na, ein Holzkreuz. Der aber liegt's. Dann machen wir noch eine Tafel. So. Na. Und das noch mit dazu. So. Dann brauchen wir zwei Stützen. Die haben wir auch. Und tada. Ist die Rampe fertig. Jetzt können wir's nämlich testen, ob das wirklich funktioniert oder ob das einfach nur scheiße ist. Du hattest ne Kiste für Holz. Es ist scheiße. Verflucht. Wieso kann man denn ne Rampe nur so scheiße bauen? Obwohl. Ich bekomme immer mehr Angst. Ähm... Ja doch, das ist verkackt an der Seite. Die Rampe müssen wir nochmal wegmachen. Ich glaube aber zu wissen, dass wir das hinbekommen. Ich kann durch die Garage nicht mehr rein. Genau so. Wieso kannst du durch die Garage nicht mehr rein? Weil der Wagen davor still. So, hier. Die Kisten hier sind Mainz. Die hier an deinem Bett rumstehen. Ne, ne. Gibt's keinen Mainz, Mainz. Deswegen sind deine Kisten noch abgesperrt. Ich konnte ja nicht sperren. Wie geht das? Ja, keine Ahnung. Bingo. Wo tust du denn Holz rein? Lass mal die Linke hier für Holz nehmen oder sowas. Ich würde jetzt eigentlich erstmal meine Waffen abliefern. Mhm. Ich mach Holz rein. Obwohl. Ne, hab ich meine eigene Kiste für. Ich hab noch ne Kiste über, weil ich eigentlich nicht weitermachen kann. So. Ausrüsten. Und dann packen wir die Kiste nach da. So. Kann man nicht irgendwie den ganzen Stack ablegen? Wieso muss ich alles einzeln ablegen? Muss auch irgendwie gehen. Irgendwie wird das gehen. Ich leg auch immer die Rampe da rein. Dann kann ich erstmal wieder nach oben gehen. Und die tolle Rampe kaputt machen. Warte, warte. Ich will mir sie erstmal angucken. Ach du Scheiß. Ja, aber guck mal. Die endet hier einfach. Es geht doch eigentlich. Ja, Genie. Aber die endet ja. Ja, dann machst du noch eine Rampe. Dann bist du am Boden. Geht nicht. Ich kann auch ne Rampe machen, aber die fängt dann irgendwo hier an. Also. Weißt du. Die, ähm. Verbinden sich nicht. Dann ist da voll die Stufe drin. Dann schaffst du auch keinen Wagen. Probier's mal aus. Ich weiß schon wie ich's baue. Dafür brauch ich nur ne andere Stelle. Aber dann weiß ich das. Und ich weiß wie's enden wird. Und wir werden fliegen. Ja. Das ist da Holz. Und Ross. Und Ford. Und... Das ist... Hast du auch ne kleine Kiste wo Ruhrholz reinkommt? Ja. Ich geh ganz rechts. Äh, ich mein jetzt nur Baumstämme. Ist die Kiste voll? Ja. Dann nimm die Holzrampe raus. Und das Holzkreuz. Kannst du da gehen. Dann fangst du einfach rein ins Holz rein. Weil dann würde ich jetzt mal losfahren. Ich hab da nämlich jede Menge Holz liegen lassen. Also die Ramp und den... Cross. Und das gibst du mir dann einfach gleich. Äh... So. Boah, ich dürfte jetzt richtig viel Platz frei haben. Das wär schon cool. Ich hab grad überlegen. Ich hab grad überlegen, haben wir hier irgendwo mal kein Fenster. Hier die Seite sieht eigentlich ganz gut dafür aus. Dann machen wir das hier an der Seite. Kann man hier hochfahren. Kann hier vier Autos abstellen. Ich... Ich... Der ist wie jetzt so gemacht. Dafür brauchen wir... Ich brauch Holz. Ganz halt was ich jetzt da reingetan hab, brauche ich wieder. Ich bin ein fucking genius. Oh ja. Tue ich auch. So, ich nina für den Wagen keinen Bock zu laufen. Denk aber an den Sprit und mach ihn nicht weh kaputt. Könnte ja keiner wissen, ist der wirklich der Kräuf. Wir kommen dich nicht rein. Wir? Ja. Gut, ich... Wow. Bisschen zu lang gespielt. Wieso? Ich sitz doch hier zu dritt, oder nicht? Wow. Cannot lift, ey. Ich hab doch alles mögliche abgelegt. 13 Holz dann ist Schluss. Tja, so ist das Leben, ne? Ja, weitere Wahnvorstellungen sind in der nächsten Folge. Dann habt ihr noch mehr zu lachen, als wenn wir das jetzt alles hier reinpacken. Also, bis gleich. Ciao.